One Piece One Piece ist der meistverkaufte Manga der Welt. 1997 ist er erstmals in Shonen Jump Magazin in Japan erschienen und er hat sich die ganzen 19 Jahre über gehalten. Ein besonderes Element darin ist natürlich sehr bekannt, der Strohhut von Ruffy, beziehungsweise von mir. Meinen Strohhut habe ich wirklich schon ziemlich lange, und zwar ganz, ganz am Anfang meines Abenteuers, und zwar schon ab Seite 48, da hat Shanks mir seinen Hut gegeben. Aber nur 10 Jahre später habe ich mich selber aufgemacht, um selber König der Piraten zu werden. Und dabei habe ich natürlich meinen Strohhut immer dabei. Mein Strohhut ist natürlich, wer hätte es gedacht, aus Stroh. Zusätzlich hat er noch dieses schöne rote Band hier, und er hat einen Durchmesser von 32 cm. Damit er mir auch in den härtesten Kämpfen nicht vom Kopf liegt, habe ich immer noch das schöne Band, denn es wäre wirklich schade, wenn ich diesen Hut verlieren würde.